Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Heute werden wir wie versprochen auf den zweiten Teil reagieren Den ich letztes Mal nicht angeguckt habe, weil es einfach dann zu lang ginge Die besten und lustigsten Fortnite-Formente Von Montana Black Spontana Black, Monte, Monty, Steely, bla 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 ApoRed, Allerechte, bla bla bla, was auch immer Wir schauen einfach rein. Danke dafür, Handy Oh mein Gott, Digga! 2,75 275 Meter Nice Er deppt? Wie er gedäppt hat, Digga! Holy shit, ist das ein geiles Ding LoL, Digga, so geil Also nur so und Labi Digga Deppt er auch? Ja! Und Deppt ja auch beim Lama Hier Freunde, stellt euch vor, dass es mein Penis wenn er kurz davor ist, einzutauchen Okay Wie geht das? Wie geht das? Ah, auseinander machen die Lippen. Und rein da. Ah ja. Oha. Geil. Sorry, aber der... Oh Gott, ey. Es sieht halt einfach fucking unheimlich aus, digga. Gib ihm. Oh, nice 150er Headshot. Uuh. Ist er da da oder? Er ist doch unten in diesem Raum drin oder was? Nein, er hat... Die Waffen nicht sortiert gehabt, Mann. Ich hab's gesehen, wie er gespischen hat. Halt sortiert gehabt, die scheiße, ich hasse es. Nee, das gibt nichts schlimmer, digga. Wenn du die Waffen nicht sortiert hast, ist RIP. Oh, jetzt kommen zwei, digga. Och, ja, ey, hallo. Hier ist noch einer. Er schießt sich selbst auf. Ja. Oh, so ein Idiot. Oh, Mann, ey. Lul. Komm, hier, friss das, du Arschloch. Letzten davon, hä? LOL. Ja, geil. Klipp, 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 bruder. Da oben ist noch einer. Nein. Ja, komm her. Ja, komm, Land, über mir, ja? Geil. Das ist, das ist... Bei der One-Shot-Monster gewinnen. Bruder, ganz ehrlich, das ist zum Heulen. Du kannst einfach verkaufen, du Idiot. Tja, lululululululululul. Also, manche Fragen meinen wir im Stream, digga. Och, Mann. Lol, da oben ist eine gestanden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Lol. Danke, das geht aus, digga. Nächste Runde. Hehehe. Ah ja. Ah ja. Du hast die Therapie. Ich finde die Flügel haben eine gute Größe. Einfach aus dem Grund. Push. Auf dich. Oh, ich habe gerade einen Push aktiviert, Lul. Wie spät er das gecheckt? Das Ding ist, der hat High Ground da vorne oben. Ja. Ich sehe nichts, Digga. Oh, ich habe ihn trotzdem genommen. Pass auf. Ja. Auf mich ist er wieder. Oh mein Gott, Digga. Apo-Air-Monster-Alle-Echte-Ans-Push getan, Digga. Was ist da los? Ah, sie machen ein Auge. Ja. Digga, ich habe die beiden gebumst. Mit einem Dingsbums, wie sagt man? Hast du den aus dem Flugzeug, Digga? Nein. Nicht den. Die anderen zwei. Oder direkt aus dem Flugzeug weg? Mach er eine Spirale, mach er nicht. Ah, okay. Oh mein Gott. Ja. Es explodiert, Digga. Und ich habe den Kill dafür bekommen, Cili. Ah, okay. Ich dachte, weil Cili noch gesagt hat, dass er explodiert ist. Weil ich dachte, Monster hat gedacht, er hat den aus dem Flugzeug rausgeschossen. Aber nein, alles gut. Lol. Hä? Dieser Typ hätte einfach rauslaufen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Geil. So. Noch mal ganz kurz, was es gesagt worden ist. Alles, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. In diesem Moment ist es gerade Montana Black. Also Monte, was du eh nicht sehen wirst, aber trotzdem. Oder Monte Fans, wenn ihr das seht. Alles, was ich in diesem Video sage, soll niemand beleidigen oder verletzen. Und ja. Wir schauen weiter. Gib ihm. Ho, Digga. Ich bin einfach der Allerechte. Ganz einfach. Also, no joke jetzt. Also, ich bin einfach der Allerechte, Bruder. Apo Eri Monte. Apo Eri Monte. Bist du friedlich? Ich bin hier oben. Ich weiß nicht. Ist er friedlich oder nicht? Denk nicht. Denk nicht. Die Gegner in Shifty, man kennt sie. Er ist friedlich? Nee. Er ist auch nicht friedlich. Aber egal. Er ist er wieder. Mega lost. Maximal lost, sein Uros Vater. Huuuuch. Ich bin's. Maximal lost. Hehehehe. 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 Was findet er für loste Gegner? Hehehehe. What the fuck? Hehehehe. 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 Hüpf doch nicht so rum, du dumme Sau. Hehehe. Was ist das für ein Skin? Den kennt man... Oh mein Gott. Boom. Hehehehe. Hehehehe. Huchuuch. Huchuuch. Nein. Er hatte sieben HP. Huchuch. Conference. Hehehehe. So. Hehehehe. 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 Nice. Er hat keine Meds. Kommt man da raus wo ne Meds? Nein ich wusste es! Oh Gott, ich wusste es. Ich komm da nicht mehr raus. Ja, kommst du tatsächlich nicht. Ich bin hier gefangen, Bruder. Tanzen? Steht da unten einer? Habe ich das gesehen? Ja, da unten steht einer, oder? Na gut, wenn ich drüber gucke, sieht man eh nix. Ja, da war tatsächlich einer. Oh mein Gott, RIP. RIP, Alter. Gib ihm. Der ist so lost. Der ist so lost. Oh mein Gott. Ja, der war lost, Digga. Ich sage, bevor ich... Ich habe den Clip noch nicht gesehen. Noch nie, sonst würde ich es euch sagen. Ich vermute... Wie im ersten Teil... Er wird runterfallen, oder? Und... Ja doch, wenn es ein Clip ist, er wird runterfallen. Wie im ersten Teil. Ja. Oh lol, das Headset ist aus. Ja. Ich wusste es. Ach Mann. Ach Montel. Ach Montel. Nice. Die Eisfüsse, Digga. Die nerven manchmal so extrem. Bruder, ich wollte jetzt den Typen zu looten, denn anders lustig. Ja Bruder, hier den Loot. Nein, 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 das Trampo, Bruder. Ja. Ja, nein, 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 nein. Bruder, nein, 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 nein. Nein. Nein, Bruder. Shifty ist auch deine Hood. Ne, ich habe mehrere Hoods. Shifty ist die Haupthood. Aber das ist die Spasti. Das ist die Spasti. Das ist die Spasti. Gib ihm den Quickscope. Oh, Baby. Das mein lieber Benny. Das war es komplett an der Stelle. Ganz kurz einfach angemeldet. Oh, Baby. Hat da jemand gar gesnipet? Ich habe einen Sniper Shot gehört. Ja, da hat jemand gesnipet. Man sieht es ganz kurz. Wann so auf dich hat jemand gesnipet? Ich kannte diesen Clip. Ich kannte diesen Clip. Sein erster Kill. Alberto. 385. Beste. Maximal lost. Maximal lost. Und so eine dumme Sau snipe mich. Meine Fretz. Ich bin mit dem Trampo weggeflogen. Es wird noch besser. Mann. Was machst du da? Ey. Aua. 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 Das hat... Nein. Das hat er jetzt nicht gemacht. Alberto. Du kleine Sau. Oh mein Gott. Bist du los? So einer holt mich. War es das? Ja. Tatsächlich. Gut. Aua. Aua. Auf jeden Fall. Es ist alles verlinkt. Also wenn ihr dieses Video alleine gucken wollt. Es ist unten verlinkt. Ohne meine Reaktion natürlich. MontanaBlack. Sein Twitch ist auch unten verlinkt. Genauso wie sein Kanal. Und ja. Schaut das die Zahl hier unten noch ein bisschen next. Dann würde ich sagen haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Mitte. Peace. Tschö. 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 Tschö.